Alarm, ich werde beschossen. Strahlenwaffe, mittlere Stärke, Hexides. Brecher aus. Keine Kontakte, keine Kontakte. Was ist los? Brandes hat Schwierigkeiten. Perimeter erweitern. Alle Einheiten, schützt die Ministerin. Rob, die Lokalisierung ist beschädigt. Ich brauche die Quelle des Beschusses. Das ist vielleicht nur eine Ablenkung. Wenn wir zwei abhauen, greifen die den Konvoi an. Wer? Keine Ahnung. Ich habe keinen Kontakt. Ich brauche einen Himmelmann und gehe frontal. Komme zu euch. Was? Dann ist das Triebwerk sicher und ich bekomme das Feuer von vorne ab. Achtung! Mark Roth! Ja, verdammt! Die Eskorte bricht die Formation auf und vergrößert den Abstand. Verdammt! Die Tiger sind es. Die beschießen mich. Ein Verrat? Es muss der mit dem roten Streifen sein, der mich im Visier hat. Gib mir Deckung. Ich breche aus und du schlappst ihn dir. Das können wir doch nicht machen. Das ist ein Kriegsgrund. Wenn wir das nicht schaffen, schießen die nachher die Ministerin selbst ab und geben uns die Schuld. Sind wir da nicht in jedem Fall dran? Wir müssen sie nur davon abhalten, selbst die Ministerin zu töten. Ich ziehe den da rechts auf mich. Du solltest sie warnen. Ich gebe den automatischen Notruf raus. Tigerstaffel, Beschuss einstellen. Jeder Versuch, sich der Ministerin zu nähern, ist ein feindlicher Akt auf dem Territorium der Union. Keine Verbindung. Der Grüne zieht zu dir rüber. Kein Weiß zu sehen. Bleib dran. Kein Weiß zu sehen.